Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Star Wars, hier die Power Battles. Und genau, hier waren wir letztes Mal im Level 5, war es glaube ich angekommen, Tatooine. Und wir müssten Anakin beschützen, aber wo Anakin jetzt rumgelaufen ist, weiß ich nicht. Und jetzt haben wir hier diesen Boss, gegen den wir uns jetzt hier durchsetzen müssen. Aber wie machen wir das denn jetzt hier? So, der Boss, okay, wann können wir den besiegen? Wie können wir den platt machen jetzt hier? Da bin ich mir nämlich nicht ganz sicher. So, okay, also einfach hier oder was? Nee, 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 so einfach ist das nicht. So, dann. Dann, ich muss mir jetzt echt überlegen, wie ich den Boss hier platt mache. So, wahrscheinlich, während der die Steine irgendwie rollt oder so. So, das nicht. Okay. So. Jetzt. Ah, okay, ich verstehe, Leute. Ja, gut, alles klar. Äh, dann? Dann jetzt. Nein, auch nicht. Okay. Direkt mal mit dem Boss hier. So, genau. Aber der nimmt keinen Schaden. Der nimmt keinen Schaden, Leute. So. Äh. So. Äh. Blödes Ding. So, jetzt bleib mal hier. Der nimmt keinen Schaden. Der nimmt keinen Schaden, Leute. So. Rufst du spät. Okay. Warum nimmt denn der wieder keinen Schaden, hä? So, da kommen die Steine wieder. Dann rollt er sich wieder, okay. So. Ach, scheiße. Verdammt. Leute, ich habe keine Ahnung, wie man diesen Boss erledigt hier. So. So. Ähm. Neuer Boss. Ja, toll. Aber wie, wie soll ich den jetzt erledigen hier? Das verstehe ich nicht, Leute. Wie soll ich den jetzt erledigen? Hä? Ja, Steine. Okay, dann rollt er sich wieder. Dann schlägt er einmal und dann... Nee. Hä? Na, komm. Ah, jetzt. Jetzt. So, okay. Einmal gehauen. So. Ah. Okay. Was ist das für ein Boss, ey? Diesen Dino. Was ist ein Dino-Boss? Den kenne ich gar nicht aus dem Film. So, jetzt hier. Nee? Ich kann ihn nicht angreifen. Wieso kann ich den nicht angreifen, Leute? Muss ich bei den Steinen vielleicht irgendwie bei... ...in der Nähe von ihm sein oder so? Nee. Okay. Ich bin grad ein bisschen unschlüssig, wie ich den machen soll. Bäh. So. Ah. So. Okay. So. Okay. Alter. So. Jetzt hier, oder was? Aber der nimmt doch keinen Schaden. Warum nimmt der keinen Schaden, Mann? Äh. Oh Gott. So. Uiuiui. Ja. So. Und drauf da. Los. Drauf da. Sehr schön. Bisschen Schaden gemacht, Leute. Bisschen Schaden gemacht hier. So. Aua. Verdammt. Alter Schwede. So, jetzt. Und jetzt. Genau. Aua. Aber. Ah. Sehr schön. Sehr gut. Einfach nur... Och. Was machen die denn jetzt hier? Was zur Hölle? Es geht einfach so weiter. Oh yeah. Voll. Voll Live Item hier. Geil. Geil. Leute. So. Alles voll. Perfekt. So. Ja. Dann komm mal her. Komm mal her. Und tschüss. Äh. So. Dann. Dann. Äh. Verdammt nochmal. So. Dann hier. Zack. Ey. Der lebt noch. Okay. Äh. Gut Leute. Dann war es einfach nur ein Zwischenboss. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht, ja. Einfach so ein Zwischenboss, der wird bekommen. Ey. Also so langsam... Langsam regt er mich auf. Einen scheiß Kanonen da. Alter Schäle. Ey. Jetzt reicht es aber. Jetzt reicht es aber wirklich. So. Äh. So. Wie komm ich jetzt da hoch? Komm ich da irgendwie hoch? Was ist das für eine Bucke? Was ist das für eine Bucke, Leute? Wie komm ich da hoch? Ah, hier. So. Okay. Okay. Irgendwie komm ich da hoch. Irgendwie komm ich da hoch. So. Da hab ich eine Granate noch gefunden. So. Jetzt aber. Äh. Verdammt nochmal. Ey. Der wird alles ab. Gut. Dann hier einfach drüber. So. So. Und Macht. Und Machtstoß. Immer diese Überzahl an Gegnern. Verdammt nochmal. So. Egal. Leute. So. Diese komische Mucke hier. Alter Schwede. Ah. Wieder zwei gegen einen. Ja. Das ist halt so bei Star Wars Spielen, glaube ich. Immer diese unfaire Überzahl an Gegnern. Ist der tot? Ne. Der lebt noch. Okay. Okay. Quaygon. Dann würde ich sagen, machen wir mal weiter. Voll live. Sehr schön, Leute. Gut. Alles klar. Was haben wir jetzt hier? Hier können wir wieder zurück. Aber. Ah. Bonus. Ah. Ich will nicht runter. Vergiss it. So. Du gehst runter. So. Ah nein. Okay. Da geht's nicht hin. Da höre ich auf jeden Fall ein Raumschiff. Wer könnte das denn sein? Ist das vielleicht Miss Window oder so? Da habe ich auf jeden Fall gerade eben ein Raumschiff gehört. Hm. Interessant, Leute. So. Kurz gecheckt, ob mein... Ah, da ist er doch, Anakin. Anakin Ron. Tell them to take off. Oh. Oh. Oh, Darth Maul. Ach, du Scheiße. Was zur Hölle? Darth Maul. Ey, Darth Maul, Leute. Ach, du Scheiße. Boah. Ey. Darth Maul. Ach, du Heilige. Ey. Ich kämpfe gegen Darth Maul. Oh, Gott. Na, das ist, glaube ich, einfach nur hier... Äh. Das ist, glaube ich, einfach nur Zeit gewinnen. So. Das ist nur Zeit gewinnen für Anakin, ja. So. So. Darth Maul. Oh, Mann, Leute. Ich muss einfach nur ein bisschen... ...bisschen weglaufen vor ihm, wa? So. Äh. Darth Maul, Alter, Später, eh. So. Äh. Boah, der macht... Der macht mich hier fertig, Alter. So. Der macht mich hier fertig. Der macht mich fertig, ja. Shit. Verdammt. Oh, nö. Oh, nö. Och, Leute. Och, das ist ja... Das ist ja mal... Ey. Jetzt hänge ich wieder hier an dem Boss fest. Oh, tut mir das nicht an, ey. Tut mir das nicht an. Och, Leute. Nein. Ach, ihr seid doch bescheuert. Leute, ihr seid doch bescheuert. Da bin ich da eben bei Darth Maul draufgegangen. Und jetzt hänge ich hier wieder an diesem Drecksboss. Och, Mann. Das ist ja wohl nicht wahr. Alte Spiele. Ey, wirklich. So unfair. So unfair. Teilweise. Na gut. Leute. Die alten Spiele, ey. Ja, ja. So, dann hier. Hallo? Solltet ihr noch angreifen können? Jetzt, ja. Einfach draufhauen. So. Weiter geht's hier. So. So, dann kommen wir die Steine. Aua. Der ist so schnell, das Ding. Das Ding ist so schnell, Mann. So. Einfach weiter verfolgen. Hier, los. Ja, komm. Kannst du mal aufhören? Ich will dich mal platt machen. Ich war doch schon viel weiter, mein Gott. So, ich war doch schon viel weiter als bei dem. Ja, dann ist jetzt halt eine Wiederholung. So, jetzt. Jetzt, jetzt. Drauf da. Drauf da. Ein Schlag. Okay. Immerhin. Leute. Immerhin. So. Okay, dann geht's mal weiter. Der kommt jetzt wahrscheinlich wieder hierhin gerollt. Ja, genau. So. Aua. Aua. Pff. So, dann. Ui. Ey. Ey. Scheiße. Das war fehl. Das war fehl. Okay. Gut, Leute. Ähm. Dann. Jetzt mach das Ding im Arsch. Ja, toll. Scheiße. Och, Leute. Ich war doch schon. Ich hab den doch schon mal platt gemacht. Ja, toll. Jetzt sieht's so aus, als hätte ich in diesen 10 Minuten nur diesen Bosskampf gehabt. So, dann hier. So. Ah, okay. Bin mir fast tot. Toll, ey. Tolle Wurst. Wirklich. Tolle Wurst, ey. So. Toll, schon wieder kaputt. Hahaha. Leute, das ist doch nicht euer Ernst. Ah. Verdammt nochmal. Jetzt ist die Chance hier da. Ja, toll. Einschlag. Besser als nächstes. Boah, ich glaub, ich mach den nochmal von vorne, den Boss hier. Ich hab zu wenig Leben. Ich hab zu wenig Leben, ey, Mann. Dann mach den halt nochmal von vorne. Ich war doch schon bei dem vorbei. Mensch. So, dann. Dann roll dich halt. Boah, was ist das denn für ein Darth Maul da hinten, ey, gewesen? Leute. Was war das denn für ein Darth Maul da? Boah, die Steine. Machen so viel Schaden. So. Jetzt. Was? Jetzt. So. Einfach weiter drauf. So. Los. Okay, sehr schön. Dann. Und weiter verfolgen. Ja, toll. Komplett am anderen Ende. Einfach nur diesen blöden Stein hier ausweichen. Und dem Ding selber ausweichen. So. Aua. Ah, toll. Schon wieder fast tot, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, toll. Scheiße. Nochmal von vorne. Ah. Dummes Ding, ey. Wie hab ich den denn eben platt gemacht? So, der wird jetzt wieder hier hinten ihn rollen. Ausweichen. Oh. Das Ding macht aber auch so viel Schaden. So. Ach du Kacke, ey. So. Kommt der jetzt wieder mit den Steinen gleich? Nee. Kommt er nicht. Ah, ich hab's verpasst hier, oder was? Nee. Okay. Gut. Oh Mann. Was ein Scheiß. Was ein Scheiß. So. Was ein Dreck. Alte Spiele, ey. Das ist so unfair, dass ich jetzt nochmal gegen den kämpfen muss. Ich fahr doch schon viel weiter eben, ey. So, da kommt er. Gut. Alles klar. Ja, genau. Jetzt rennt er nochmal hier hinten hin. Aber jetzt. Jetzt. Und weiter weg. Weg, 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 weg. Okay. Gut. Alles klar. Oh Mann. Wie unfair. Wie unfair, ey. Also wirklich mal. Jetzt kommt er hier hin. Oh, gut. Okay. Ach, verdammt. Haben wir's bald mal. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Haben wir's bald mal mit dem. Okay. Gut. Ja, dann. Der ist aber viel zu weit weg. Ja, toll. Die kriegt... Die fliegt auch nicht in die Luft. Ja, super. Äh. Oh Mann. Was ist jetzt los? Oh Mann. Okay. Da war wieder, ähm... Windows aktiv hier. Und jetzt? Ah, sehr gut. Toll. Wieder mit Null Leben, ey. Wieder mit Null Leben. Aber da hinten. Da hinten. Da hinten. Oh. Gott sei Dank. Okay. Gut. Alles klar, Leute. Ey. Gut. Alles klar, Leute. Sehr schön. Powerlichtschwert. Alles klar. Cool. Das haben wir. Äh, gut. Dann. Äh. Mach den weg hier, so. Verdammt nochmal, so. Vielleicht kommt Darth Maul an. Wie soll ich den denn platt machen? Den kann man doch gar nicht platt machen. Jetzt weiß ich auch, was das für ein Geräusch ist. Das ist das Raumschiff, mit dem die entkommen wollen hier. Mit Anakin. Ja. Okay. Gut. Und zack. Na, verdammt. So. Jetzt komm. Mach den. Mach den endlich weg. So, 10 Minuten haben wir noch. Oh. Du nervst. Habe ich dir diese komische Mucke hier. Diese komische Mucke hier, ey. So. Äh. Gut. Dann hier und hier und... Ach. Leute. Ist doch nicht euer Ernst. Ist doch nicht euer Ernst. So. 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 Mein Güte. Oh, ich muss noch komplett hoch hier, ne? Verdammt. Ich muss noch echt noch komplett hoch hier. Oh, ich habe keinen Machtstoß mehr. So. Und dann halt so. 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 Ja. Ich muss noch komplett hoch hier. Hier ist die Donkey Kong Passage. Oh, Mann. So. Na gut, dann. Da kommt natürlich noch mal einer. Ist doch klar. So. Aber tschüss. Nix mehr hier. So. Los. Nix mehr. So. Anakin. Da bist du. meine Güte. Darth Maul. Darth Maul, Leute. Ich glaube, ich muss einfach nur hier... Alter Schwede. Ich muss ihm einfach nur entkommen, oder was? Was soll ich mit dem machen, ey? Der kann ja nicht wahr sein. So. Okay. Ähm. Fuck, Mann. So. Ähm. Leute. Darth Maul, Alter. So. Der macht mich hier fertig, ey. Das ist, glaube ich, einfach nur Zeit gewinnen, oder? Darth Maul. Ja, ja. So. Alter Schwede. Der ist genauso schnell wie ich, ja. Oh, Mann. Alter Schwede, ey. Boah. Leute. Boah. Hohoho. Alter Schwede. Was soll ich den denn kriegen? So. Puh. Leute, okay. Ja, darf Maul mit... Alter. So. So. Alter Schwede, ey. Ich krieg den nicht kaputt. Ich krieg den nicht kaputt. Ah, okay. Ach. Ich hab einfach nur Zeit schinden müssen. Okay, alles klar. Was ist das denn? Kombo-Award. Ja, dann mach mal den. Gut. Energy-Award. Energy-Award. Okay. Äh, speichern brauchen wir nicht, Leute. Coruscant. Neues Level. Okay, cool. Dann. Spingsen wir da nochmal rein. Ja, Leute. Wir haben Darth Maul begegnet. Und wir sollen hier gegen die Söldner kämpfen. Okay. Wir müssen hier gegen die Söldner... Ach, du Scheiße. Wow. Oh, geiles Level. Geiles Level. Ach, du Scheiße. Wieder Drohnen hier. Na gut. Ey. Coruscant. Ja, das ist ja die Hauptstadt von Star Wars. Das sieht alles so futuristisch da aus. Ach, die hier. Okay. Was sind das denn für Leute? Was sind das denn für Leute, ey? Ach, ja. Diese komischen Alien-Masken. Kenn ich noch. Kenn ich noch. Gute alte Episode-1-Film, ey. So. Ach, Leute. Ey, das ist mir jetzt aber zu viel hier. Pff. Ah, schaut mal hier. Neue Kombo. Ah, verdammt. Ui, ui, ui. Heuler Schwede. So. Das ist... Okay. So, Viereck, Viereck, Dreieck, Dreieck. Ja, gut. Ey. Haut ihr mal ab. So. So, dann. Zack. Und weg mit dem. So, weiter geht's hier an Coruscant. Äh, Coruscant. Ach, Mann. So. Leute. Ihr seid doch gescheuert. Äh. Das sind doch immer so viele direkt. So. Bam. 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 So. Ach, uah. Was ist das denn hier? Ein Auto? Was? Was zur Hölle? Oh. Oh. Geil. Wir fahren durch Coruscant, Leute. Auf so einem fliegenden Taxi und ja. Ja. Das war klar, dass da Gegner kommen. So, dann. Ach, du Heilige. So. Ey. Wie viele... ... ... ... ... ... ... Leute? Ey. Ey. Ja, dann halt nicht. Dann komm. Dann machen wir es halt so. Dann machen wir es halt im Nahkampf. So. Da, 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 da. Hey. Nichts da, Leute. Ey, ist das nicht schlecht. Die Leute hier sind echt nicht schlecht. So. So. So, bam. Oh, da haben wir noch drei Minuten, Leute. Ich hoffe, dass wir da hier noch ein bisschen was... Ja, dann schieß halt. So, bam. Bam, bam, oh. Bam. Bam, so. Alles klar. Weiter geht's. Oh, was haben wir denn hier? Da ist bestimmt ein Bonus-Gebiet oder so, ne? Ja, da ist schon mal ein Power-Up. Ja, der toll. Das ist natürlich... Hier geht's wahrscheinlich weiter, ne? Shit. Da muss ich hier hinten nochmal hoch. Ey. Ey. Genau. So. Ja, hier ist Macht. Sehr gut. Und Leben. Perfekt. Und zack. Weg mit dem. Wunderbar, Leute. Dann. So. Weiter geht's hier. Und Machtstoß. Und weg mit dem. So. Auch mit dem hier. Weg. 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 Nicht so weg. Genau. Ja, toll. Bam. Sehr gut. Der schießt. Der schießt. Ja, dann hör auf zu reden. Yamachiya. Genau. Gesundheit. Oder was auch immer. Boah. So. Und dann hier. So. Und tschüss. So. Dann hier. Dann bam. Die Drohne noch. Da kann man gar nicht so schnell reagieren manchmal. Oha. Okay. Okay. Das hat mir wieder zu viel Leben abgezogen. So. Das Item da hat mir wieder Leben abgezogen. Das ist auch interessant, dass die Items Leben abziehen. Na komm. So. Okay. Drei Stück. Wie soll ich die denn erledigen? Drei Stück. Das ist aber eine Macht. Sehr gut. Die kann ich mit Machtstoß rauskicken. Sehr schön. Zwei Stück sind schon weg. Und hier auch noch. Man muss ja wissen wie, ne? So. Aber der will nicht hier. Der will nicht. So. Dann halt so. Oh, Leben. Sehr gut. Und hier du direkt weg. Zack. Sehr geil, Leute. Da geht's weiter. Okay. Alter. Sehr gut. So. Viele Abgründe hier. So. Alter. Okay. Ich hab kein Dings mehr. Dann halt so. Genau. Dann. Dann. Bam. Beide gleichzeitig. Synchron sterben. Ja. Das ist natürlich auch geil. So. Weg mit dir. Perfekt. Weiteres Leben. Bam. 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 So. Ach du Kacke. Was sind noch zwei andere hier? Ui, 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 ui. Ey. So. Hört mal auf hier. Dann Baller halt. Boah. Drei Stück die ballern hier. So. Puh. Alter Schwede. So. So. Der eine ist weg. Die haben echt was drauf, diese Gegner hier, muss man sagen. Boah. Noch mehr. Verdammt nochmal. So. Diese Stage hier mache ich jetzt noch und dann. Alter Schwede. Ja. Ähm. Gut. So. Gut. Die Stage hier mache ich jetzt noch und dann ist die Folge auch schon vorbei, wa? So. Ähm. Oh. Oh. Ähm. Gut. Dann geht es gleich weiter. Oh. Da kommt noch mehr. Verdammt. Da sind noch mehr. So. Gut. Alles klar. Gut. Wunderbar, Leute. Dann. Wollte ich mal sagen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da. Äh. Wird mich sehr freuen. Und lasst die Glocke klingeln. Und wie es hier weiter geht, Leute, sehen wir uns beim nächsten Mal. Und ja. Dann würde ich sagen, würde ich euch noch einen schönen Abend. Einen schönen Tag. Ne? Tschö. Tschö.